Und hallo Leute, willkommen zu einer Folge, wie nenne ich das Format eigentlich, Trolls auf der Botlane, ja ich und Flocke müssten meistens auf der Botlane rumschimmeln, weil die Pisser keinen Bock haben runter zu gehen, also haben wir uns überlegt, einfach mal anders zu spielen als sonst mit Supporter und ADC, haben wir uns mal gedacht, indem wir einfach Leute, mit denen wir auch unten abschnetzeln können, weil Darius Ult, Ben Flocke, wenn die sechste Blutung hat und draufschlägt, ist der schon fast down und wenn die Garen Ult kommt, dann haust du ja auch direkt ab, wenn du einfach den Schrei von DIMASIA hörst und dann war es das für dich. Ja, wir versuchen da einfach die komischsten Kombos auf der Botlane zu probieren, jetzt haben wir gerade Darius und Garen genommen, weil die halt beide jetzt starke Ults haben und die quasi One-Hitten fasst und wenn beide quasi auf einen Champ draufgehen, dann müsste da eigentlich tot sein. Mal gucken, wie es funktioniert, wir sehen es ja jetzt. Ich warte nur auf den Skin Dunking, Garen. Ach ja, und den Farm teilen wir uns einfach, wer einfach den Farm bekommt, der hat ihn einfach. Ja. Obwohl nachher Boycott eigentlich, ja. Obwohl ich nachher eh mehr Geld haben werde, weil ich die Kills mache, weil meine Oe... Ja, weil ich muss ja zuerst meine Oe draufmachen. Ja, du bist der einzige Furs, aber der graben kann, das ist der Vorteil. Wo ist denn hier der Supporter von denen? Ich hab keine Ahnung, aber ich geh mal kurz als erstes Worten. Brauchst noch ganz schön, der Jungler ist noch ganz schön Level 1, der ist gerade mal Level 2, der jetzt schon kommt. Es gibt paar Junkie-Jungler, die kommen trotzdem. Ich hätte mal das Vergnügen auf der Top-Lane. Evelyn kam direkt angeratet, ich war tot. Ja, Angeber. Ja, das ist ein schönes Alter. Aua. Wie lange hast du Kuder noch deinen Grab? Äh, sehr lange, aber ich hab ihn jetzt. Ja, nicht Graham, jetzt noch nicht, wir haben doch nicht mal Ull. Ja, und wir können die trotzdem schon ein bisschen hinten, dann schon besser in die Jungs hittet, oder? Ja. Oh, da ist das schön. Das ist ja schön. Das hat der so lange gemacht. Keine Ahnung, vielleicht war der auf Klo. Ja, das wird's sein, also. Ja, ich geh auch mit den Rollen rum, einfach AFK, wenn ich auf Klo muss. Ach ja, und das ist normal, ne? Also, wir treuen uns nicht auf nur Ranked. Äh, ne, Ranked nicht. Außer, ich hab keinen Bock mehr auf, äh, gibt's Ranked-Trolls. Vom Feinsten hier. Eee, drehen! Sag, wenn ich ein Graham soll, ne? Ich bin hier erst für 20. Ja, ne, erst mal leveln hier, Alter. Ich hab nicht mal meine W. Ich bin nicht mehr so tanky. Boah. Der war direkt weg, Alter. Flockes Blutoran. Rasiert ordentlich. Hab ich keinen Farm von ihr bekommen, ne? Du fackst mich grad echt hart auf. Ja, ich krieg auch fast keinen Farm, ich krieg selten einen. Ja, ich glaub, die Minis machen einfach den Farm. Ja, die Minis sind eher besser in Farmen als wir. Das sieht so... Das sieht einfach so strange aus, wenn ich... Oh Gott. Ja, komm. Soll ich jetzt graben, oder nicht? Ne, 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 ich hab auch so was hingecueht. Achso. Warte, ist Swain in der Mitte? Ja, Swain spielt mal in der Mitte, aber auf Toplane ist der übelste Counter gegenüber dem Nahkampflein. Also wenn... Ich find... Ich dachte, er geht nie mit der Mitte, weil... Weißt du? Ja, egal hab ich auch... Oh, da kommt wer, da kommt wer. Da kommt wer. Fackst du das, Flocken? Ja, ja. Easy peasy lemon squeezy, Alter. Ich dachte, ich müsste für nicht flashen, aber da kommt irgendein komisches Stun, Alter. Ja, aber wir müssen auch passen, wenn die anfängt zu spucken, die Elise dann... Ja, Alter. Fokuss nicht, du bist nur wieder mich, Alter. Das fackt mich so hart ab, Alter. Weil du bist so tanky, bist du nicht? Ich bin direkt tanky. Ich hab 20%... Darum gehe ich immer erst für Hydra und dann noch für tanky. Weil ich brauche ja eigentlich nicht so viel Damage, weil ich mach dir eigentlich immer mit meiner Welt weg. Ja, passt vorhin jetzt immer bei dir. Soll ich jetzt mal einen graben, Alter? Ich kann's versuchen, der ist noch nicht tanky, oder? Nee, der ist noch nicht tanky. Ich hab Angst, dass der mich fokussen will, Alter, weißt du? Ja, der wird auch, glaube ich, auf dich drauf. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Geht aber auch fast kein Maler, das ist auch geil. Ja, aber der hielt sich hoch, wenn der mich schlägt. Ja, wenn er dich schlägt. Dann kannst du jetzt drückschlagen, dann hat der direkt wieder verloren. Was er gewonnen hat. Das ist die Lösung. Verpiss dich, Mann. Ist doch schon fast kein Maler mehr. Ja, das ist das geile daran, deswegen müssen wir mal ein bisschen warten, da können wir uns nicht... Verdammt, du Scheiße, Q an. Okay, wie farben hast du eigentlich? Äh, 15. Boah, das ist doch fail. Wenn zumindest 22 Sekunden warten, die ich hier graben kann. Auf jeden Fall brauchst du... Auf jeden Fall brauchst du... Cooldown Reduction, auf jeden Fall. Cooldown? Nein, ich glaube nicht mit dem auf Cooldown Reduction, Alter. Man, die Grabs müssen einfach sitzen, sonst hab ich schon... Boah, du machst den ordentlich Damage. Ja, der will's drauf anlegen. Ja, ich hab auch alles Cooldown. Ja, so. Nee. Meine Q hab ich gleich, aber dann war's dann auch. Heißt du mich wohl ein bisschen zurückbleiben und healen? Außer... Außer... Ey, Flocke. Hätte der Mini nicht geschlagen, dann hätten wir den geholt, Alter. Ich hab Grappel in vier Sekunden wieder. Ja, aber ich kann's eigentlich graben, ich bin wieder fast full live. Hab schon sonst gegrappet, Alter. In der Stone, oder? Nee, ist er nicht. Nee, ist er nicht. Mal gucken. Meine Blutung hält länger an, als ich... Nein, der Tier hier. Boah... 39 hatte der gerade. Geil, wir rasieren gerade halt. Also, DVD dann... Funktioniert gerade, ne? Also, Flocke, ich hab gehört, ich spiele das im Ranked auch. Ja, hab ich auch gehört. Vor allem die Leute im Ranked müssen dann auch denken, was machen die Bastis da, Alter? Ja, wenn wir die einmal haben, dann war's das auch für die... Ich glaub, einer von uns musste sich ein Reliksschild oder so holen. Ein Reliksschild? Na ja, der ist voll low am Tower. Ja, warte, ich komm, ich wollt nur mal warnen. Ich grab den und dann... Kicken wir den. Guck mal, wie Angst hat. Guck mal, wie Angst hat. Ja, aber so richtig Angst. Beim nächsten Mal Mordokaiser, Alter. Catch them all Pokemon, Mann. Pokemon, wie bei Pantheon, Alter. Ja, das Video, Alter. Das Video war so geil. Catch them all Pantheon. Ja, das war doch nicht catch them all, sondern gangst them all, oder? Ja, gangst es all, ja genau. Aber mit dem kann man doch echt gut ganken mit der Ult, muss man zugeben. Aber ich spiele selten jemand in Jungle. Was hat der sich gekauft? Okay, der hat sich Spitz-Docker gekauft. Okay. Aber ich will erst Level 6, wenn du vor Speck brauchst, Alter. Wenn ich eh nicht die Spiele, Alter, gehe ich nicht Speck, wenn ich nicht 1.550 hab. Für einen fucking... Außer wenn du eine Low bist. Ja, wenn du eine Low bist und verkackt geworden bist, hab ich... Ja, verkackt. Sollen wir uns Shen fokussen, oder sind wir jetzt auf die Dingens gehen? Scheiß drauf, Alter. Wie fokussend beide? Ja, weil Shen hat jetzt nämlich so eine Ult. Jawohl. Ich kann... Flocke, ich hab auch Ult ab. Hahaha. Boah, komm, Alter. Ich wollt grad Ulten, aber dann kommt die Elise, Alter. Scheiß, wie so Schlampe, Alter. Wollte OP-Jama, oder? Das heißt, er sich erst mal der Kill Klaus. Boah, der... Boah, der... Mann! Hat sie die... Hat sie die grabben? Ah, die, ich brauch Hilfe! Loll! Komme! Jetzt, Shen, komm! Komm, Shen, komm! Komm, Shen, komm! Mein Bruder, ich hab geflasht, damit ich die bekomme. Ach, das ist die Kill, nice! Der Flash war es mir wert von... Der Flash war es mir echt wert. Das war echt nice. Hat bei jeder von uns ein Kill, Alter. Und, äh... Warst du auch ein Kill? Warst du auch ein Kill? Ja, ja, ich hab doch die Dingens gekillt hier. Den, ähm... Ja. Also... Du willst deine Ult schon drauf gemacht, aber... Der war so low-life-thalb-Shirt. Komm, was du willst drauf? Ich mach den, mach den. Wenn du auch jemanden siehst, dann mach den. Und wenn ich nicht da bin. Ich hab die Miss Fortune geultet, weil die da waren. Ich hab einfach den geflasht. Ich hab mir so gedacht, äh... YOLO. Na rein da. Ey, Geilchen! Hey, Shen! Fanboy! Boah, der hat keinen Bock gehabt mit uns zu spielen. Die sind zwar größte Erzfeinde, aber ich spiel gern. Ist so, Alter. Guck mal. Die, die... Die Angst vor denen, Alter. Guck mal, ich schiel mich gleich hoch! Warte, ich hab mit 3... 2... 1... 3... Kannst du ulten? Nein, nein, ich hab keine ult. Kannst werke! Wow! Ey, ließ zwar ein OP-Junger. Aber... So OP doch noch nicht. Ließ echt gut! Also ich hab mir mal so ein ... LCS-Spiel angesehen... Ich grab die Glöch, ok? Ich grab die Glöch! Ja, kannst du mich graben! Boah, die ist so... Ich hab einen Flasch, glaub ich, dahin und dann mach ich den Flasch, also... 20 Sekunden, dann können wir missfortunen. Entschuldigung. Hast du jetzt eine Hüte? Okay. Ich hab nicht eine Hydro ausgewollt, ich hab die Vorhydro noch. Wer ist denn eigentlich? Einer von uns hätte... Okay, wir müssen gleich mal one gehen, beide. Einer muss hier one und einer muss da one. Ich kann one. Na, ich wollte ihm dort, so. Huhn die Maschias! Was ist das für spät, ne? Warte, will ich mich echt abfangen? Komm, wir missfortunen heute, ich fick deinen Arschloch. Auf allem, ich hab extra geflasch, jetzt fickt ihr auch. Oh, Flocke! Nein! Läuft doch! Ah, Flocke, renn! Ihr fickt dies auseinander, Alter. Warum die Kombi? Die waren doch so richtig bad. Diese Uls, Alter, diese fucking Uls. Ohne Scheiße, die Kombi ist echt OP. Die sollten wir mal des öfteren spielen. Scheiße, ob eh die sie uns support. Ja, ist so, Alter. Wer braucht sowas denn auch? Wer einer Gram kann, reicht das schon. Vor allem, wenn ich stunnen könnte sogar noch, ne? Da hat die keinen Bock mehr. Oh ja. Die weiß, dass du low bist, aber... Flocke, pass auf. Aua, 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 aua. Flocke, renn! Okay, gut, dass ich gesilenced habe, Alter. Warte, was hab ich gesehen? Ciao! Aua, nein. Wer kommt hier, Mann? Das wäre geil, das war echt geil. Warte beim nächsten Film schreibe ich in den Chat die was hier Und ich schreibe Noxus rein Disrespecten Wir beide haben 2-0 alter Ne ich hab 3 Ich hab 3 Assisten oder anders? Du hast ja die EDs bekommen ne? Ja ich hab gar nicht mehr an die gedacht Egal machst du nix Komm mit Support nieder alter Aber Shen geht langsam tanky alter Wir müssen echt auf den Sortuna Ja Wow der Shen der Shen von den alter Ist so 1.000 Hallo Miss Fortune Da kommt unser Jungler Wow der der Buschock Der braucht gar nicht über Ganken zu kommen Ja ist er wir machen uns hier schon alleine Old Reddy in 5 Sekunden Old Reddy in 10 Ja Ja Du hast nicht immer gedankt oder? Doch klar hab ich gedankt Ey ich hab das bei mir gar nicht gesehen Also bei mir bist du ganz kurz in der Luft gewesen das war's dann Ja das ist ja der Dank Ja nein du bist bei mir am springen gewesen Also du bist genau gesprungen und da ist keine weitere Animation aufgetaucht Loll Egal der ist weg Ja ich geh weg ne Ja mach das Ey meine Güte Warte 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 Ich hab Ult up Ich hab Ult up Ah ne oder? Ah ne komm Ah fuck alter Gleich wenn du Gleich kann ich dich gleich nochmal graben alter Ah ne Shen kommt Ah ich geh mal back dann ne Ja geh back Kriegen wir überhaupt noch Geld für die wenn wir die killen alter? Da hast du übrigens alle gegnerischen Jungler alter Wollen wir das machen? Ja Dann geh einfach vor Nein geh einfach zurück zum Turm Ich kauf mir schnell mein schwarzes Beil Dann kann ich auch Tanky gehen Okay mein schwarzes Beil hab ich Ähm Schuhe Tränke hab ich Ja ich kann auch direkt zu dir porten Fucker Oh Das passiert mir immer mann alter Immer sag ich protecte den Tower Aber ich möchte nicht Ich protecte den selber Beiseite Fuck Ja man 20 Sekunden warten Ich kann die bisschen weiter nehmen Ich kann die bisschen weiter nehmen Ah du hast da geworden Ich worte mal hier in diesem Gewicht Da brauchen wir uns wenigstens keine Wards zu kaufen Diese Wards reichen Von Drager Er ist einfach auf Farmen Alter wir machen ja irgendwas so Geil Er hat Damage Die massiert Lol Glocke Nein Nein Wie cute Ich gooo Wie die sich echt mit mir anlegen alter Ich hab den die massiert aber Wolltest du dich die massiert rein schrauben? Oh ja Ja aber ich hab die nicht getötet worden Ja den Oh du wirst jetzt gegankt alter Ja Ja Garen wird nicht gelegt Nee Im Garen Ah nein Ich hab die nicht erwartet Nein Ah Trank aktiviert Ahhة Nein Gibt's auch nicht mehr Mann ich wollt gerade in den Chat schreien Halt der mich so angehört Garen Ich bin schon gestorben. Vor allem unser Tausch steht immer noch, Mann. Das ist echt mit denen anlegen, Flocke. Obwohl du das wieder rausgebaut hast. Oh, Flocke, Flocke, Flocke. Komm schon. Hinter dir ist Schell, Flocke. Ah, Flocke, ja. Flocke. Ah, nein. Jetzt aber, nein. Nein, Flocke. Ich stopp trotzdem. Nein. Egal, Asi, du hast eine Sicherflocke. Oh, da kommt Baba Swain. Baba Swain. Oh, oh. Asi, Asi, Asi. Und, 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 und. Fuck. Fuck. Fängt sie auseinander. Ah, nein. Und dann komme ich da ganz hinten vom Tower. Das war das Angeschreihe gerade, Alter. Hallo. Fight war episch, muss ich zugeben. Oh, ja. Los. Demacia. Ja, warum mache ich... Ich habe eine Tower, Alter. Ich habe mich ganz einfach und dreh ich da eigentlich ein bisschen. Egal. Wie viel hat die Bottler jetzt an Kilz, Alter? Shen 05, Miss Fortune 2 3. Ja, die hat sich Kilz gesteckt, die Schlampe. Ja, ja. Boom. Wie viele Kilz haben wir? 3-1-5-3. Wir sind gerade die Besten aus dem Team, Alter. Junge, aber die nächste Komma wird geil. Aber wir müssen uns echt mal eine andere Komma auch noch ausdenken, weil... Die Komma ist echt OP, die ganze heiß. Die ist OP, aber wir müssen auch eine andere ausprobieren. Und ich werde... Die... Oh. Ah, nein! Ich werde ohne Tauung springen. Ulti in 37. Hast du Ulti ready? Äh, ja. Nice, aber ich versuche sie trotzdem zu graben, Alter. Ah, ah, Miss Fortune 9. Ah, Bubis. Oh Gott. Ja, ich versuche die ein bisschen wegzuhalten. Ja, aber passt auf, ihre Bubis sind gefährlich. Ah, ne, komm da weg, komm da weg, komm da weg, komm da weg. Komm, Alter. Wenn ich nicht möchte... Oh, die Güte. Oh, guck mal, wie schade die Kassier von dir. Ja, wenn ich halt mit meiner Q, mit meinem Brandi treffe, also mit der... Ja, ich würde jetzt sagen, Axt, Spitze. Oh, Flocki, Mitte, 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 Mitte. Oh, Freak, ey. Oh, ich sehe ich. Oh, ich renne da schon mal hin, Flocki. Ich halte das nicht mehr aus. Block dich aber. Boah, du blockst mich aber hart. Ich stecke in deinem geilen Noxus-Shirt. Ja, Mann. Wollen wir den machen? Ja, von mir aus. Oh, das ist noch geil. Ja, der ist auch Magiri. Aua, was trefft ihr mich denn an, Alter? Ah, nein! Ah, das sind drei Leute, Flocki. Das ist schon zu viel. Ja, aber ich will dir nicht den Drake überlassen. Ja, ich will mich aber noch ein bisschen healen. Hallo, okay, mach keine Wake mehr. Ich flocke, ich glaube, die sind hier, oder? Ja, die sind alle echt gewinnen. Ja, die sind echt alle da. Boah, hatte ich jetzt gerade so einen hohen Ping oder so? Ich hatte gerade noch Hardcore-Ping. Weg, 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 weg. Lass noch ein bisschen mit den Spielen, oder? Ja, das ist so, dann kann ich mich auch healen. Hallo. Oh, Shen ist gefährlich, aber. Obwohl ich... Ja, geht. Ja, wenn er uns stunnt, dann haben wir... Oh, Gott. Ja, komm ich, dann komm ich. Warte, dass wir genügen uns hier unter dem Bluboff, während die den machen, Alter. Asi holt sich den. Ich habe kein Problem. Die sind alle mitgegangen. Keiner macht den. Da ist... Ah, nein! Ich... Ey... Ich wollte jetzt gerade... Ich... 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 iff... Ja... Ruck! Ja... Dann... Ja... 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 Mach mir... von oben von dem swain alter beim letzten mal kamen die von oben kommen die echt nicht von oben ich hab meine shit gehabt gesehen dass die von unten kamen die dreht sich nur so komisch ich mal von oben kommen auch zeichen so nicht wer ist eigentlich die höchstlevel von denen aber der wird safe gehabt man statt wie wenn er irgendwie unterlevelt oder so was ich scheiße finde ist hier bei garren die ulti wie so ein lichtschwert aus einfach so ein lichtschwert vom himmel ist doch geil hast du ein bisschen mit der pushen ja aber früher war das ja einfach so ein riesen schwert viel witziger ernst die masjah ah nein ok ah ne komm da kommt ein galio und galio kann ich uns nichts anhaben der geht ja nur obwohl wir haben auch keine magie riesen aber je mehr arp def das desto mehr arp hat er gekauft obwohl der herr der geht gar nicht auf arp def what the fuck was wir echt den machen alter ja dann kommen wir machen den ich brauche doch nicht mal da was zu machen nein wir machen den jetzt wenn ich mein leben für bezahlen muss den hol ich mir den galio oder auch nicht ich wurde gekillt ich glaube ich sogar noch geflappt oh gott oh gott ist er dadurch eigentlich schneller mit dem drehen ne ich glaube damit kann ich eher die slows abwehren achso ich glaube so war das oder was mit der Q ich hab keine ahne ich weiß es nicht äh aber es läuft die ganze gute gerade oh das war andersrum das war die Q gewesen ups was habt ihr jetzt schon Barrel machen oder sollen wir Barrel machen oder wie ja bitte Barrel was nein maximaler Schaden 651 nice aber ich hab den Q auch schon die ganze Zeit nicht gesehen ja der war glaube ich die ganze Zeit AFK oder welches Level ist denn der ne ne war er nicht der war da aber hab ich nicht zu Druck geachtet der war nicht hier oh mein Mikro steht in mir ich seh die Karte nicht ey geil lol aber für mich heißt das ein ordentliches Demacia die ist weg die ist weg die ist weg DIMAS NIEIN NIEIN du brauchst so lange zu Demacia ja vor allem ich fand es trotzdem so schlimm da wo die Miss Fortune mich äh getötet hat dass man Demacia nicht durchgegangen ist obwohl ich es früher eingesetzt hab alter Fader ja genau gibt mir richtig hart ja oh fuck das war unnötig geflasht leider ja ja ich hab mir wirklich aber egal kann passieren die war nicht perfekt das ist aber ehrlich ja ja nicht mal wenn man so weiß man stirbt man reflexartig flasht man trotzdem raus in der Hoffnung dass man doch nicht stirbt und dann fragt man einfach noah DF 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 ok ja ich brauch ein bisschen für mein Heal Leute ne könnt ihr mal warten das Ding nervt der Swing ich kann Swing silencen hat er keine Chance aber ja Hi Lenzen meinst du NEIN geht der geht der mit zwei in seiner Ulti auf oder DEMASIA jaaaa ich fick sie alle den Arsch ich renne gerade um mein Leben ich komme ah nein erbrühti wehdi ich renne gerade um mein Leben ich renne gerade um mein Leben go in ich bin Render hinterher boah direkt getroffen direkt in your face weh ich bin e ich bin lo 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 la jah oh fuck ja guck weil der habe the Ali Momzl ich habe die geben auf boh das sollten wir auf ok kürzere Folge ist auch hauptsache über 20 Minuten Wir sind schon über 20, also kann ich ja selber sehen, ja 25, okay. Wake, 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 wake. Aber ich muss schauen grad, was ich mir kaufe. Warte, die haben die AP? Ja, die haben AP. Die AP, AP. Ach komm, Alter 10 Münzen warte ich ab. Nein, das ist nicht akzeptabel. Okay, ich hab gewartet. Ist da irgendwo ein Wartflach? Ich hab ein Wart auf. Äh, ja. Demacia! Kommt da direkt aus dem Roller, ne? Du machst hier, Alter. Ach, egal. Ach guck, hast du gesehen von oben? Ja, das war aber nur so ein Strahl wie so Scotty. Ja, der Strahl, wenn du weiter weg bist, dann siehst du den Strahl noch weiter. So, und Shen holen das Ulti wieder, das Ulti über dir, Alter. Wie viel cooldown hat er eigentlich in der Ult? Meine Ult hat... 78 cooldown. Mann hat 95. Was hat das denn? 78. Ja, Mann hat 95. PA. Ruft allen, ruft die Macht von Di Maacом an, um seinen Gegnerischen Champion美元 zu... ... ruft die Macht von Demacia an? Ja ruft die Macht von Demacia an. Also ruf den an! P-pi-p-pi-p. Hey, der reversible... Guck mal wie der gar nicht mitgeguckt hat, oder? Ich habe gesilenced, Alter. Ah nein, ich konnte endlich die Mass hier! Hat er haltet mich? Oh. Ach Gott, da gab es ja noch was, ne? On the way! Ich glaube extra langsam verflocken, damit wir gleich da sind. Yo, ich habe leider keine Ultima, already. Ich aber. Aber du, deswegen kannst du den gleich wegrollen. Boah, den Ulti so... Der Mass hier! Hab schon sonst gehuckt, Alter. Boah, du rufst die ganze Zeit dem Mass hier, Alter, ey. Boah, ich übersteuer dich hart, Alter. Ich habe schon einen Halsschmerz. Wie kommst du mir da nicht davon, Swain? Ja doch, das hat Dauer jetzt. Boah, fuck you. Vor allem, wenn ich meine Q einsetze und dann meine E, dann bin ich schneller. Ja, wenn er es so möchte. Ah, Flock, ey! Aua, was ist das denn? Ach so. Der Vogel macht sich langsamer. Kannst aber halt kommen. Aber du musst aufpassen, wenn sich Geile damit trifft. Ich glaube, dann bist du noch slower. Die musst du ja Tune holen, Alter. Die kann nichts. Geiler, Alter. Ey, Flock, ich habe so ein Bild gesehen. Von einem, ähm... Asioskin, ich habe gedacht, kommt ein neuer Asioskin. Der hieß Captain Asi und der sah richtig OP aus. Sein Schild, sah wie der Schild von Ding aus, ähm, Cap America. Dann sagen die anderen mir so, ey, das ist ne Verarsche. Loll. Käpt'n Asi, Alter. Was nennt ich denn eigentlich die ganze Zeit? Der sah echt geil aus. Keine Ahnung. Aber er fiel das. Ich hab keine Ultras noch mehr. Ich auch nicht. Rett um dein Bitch Leben! Asio, mach den! Der Wichser. Neu, ich hab den gekriegt. Neu, Blutung! Ja, ja. Der Ulti-Way-D. Kann man auch von hinten, ne? Ich war auch Ulti-Way-D, ne? Kannst du ihn ficken, kannst du ihn ficken? Kannst du ihn ficken? Kannst du ihn ficken? Kannst du irgendwie slowen? Ich hab gesided, das reicht, glaub ich, dann. Hier, Bastia! Nice! Flocke, 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 Flocke! Ich hab den gesided, jetzt kannst du rennen. Ja, ne, ich hatte hier irgendein Ding jetzt drauf, Alter. Ich hab's gebildet, das reicht, glaub ich, dann. Nice, du machst die weg, Alter. Oder auch nicht. Ich glaub nicht. Ah, doch, doch, doch! Nein! Ey, ich hab grad genau zwei Sekunden für meine Fähigkeiten. Boah! Geht die auf AP oder AD? Sag mir bitte AP. Die geht auf AP. Ja, kein Wunder, dass die mich macht. Ich hab nur 100 AP, das. Zumindest sollte man, ja, die geht auf AP. Ich hab grad mal 119 AP, das. Ja, ein bisschen mehr als ich. Aber ich hab jetzt schneller als der Todes. Geister sich ausbauen, dann ist meine passive noch stärker. Warmox kaufen, dann ist die passive noch stärker. Ich brauch nicht mehr einen Berg zu gehen, Flocke. Einfach kurz in die Ecke stellen, warten, dann bin ich wieder da. Aber es ist eine Zeitung, überlege ich mir was ich da, was ich genau holen soll. Noch ein bisschen mehr auf Rüstung gehen. Oder eher so, Klinge der Unenklichkeit. So bisschen, bisschen mehr abfucken. Ich kann auch Hydra kaufen. Ich kann ja auch mal schauen, ob Hydra auf dem was bringt. Ich bin bereit. Also ich hab mir nen geilen Teamfighter, oder was? Oh ja. Bin on the way. Boah, wie viel steh ich, Alter? 6, 4, Glocke 12, 7. Zum Schiff. Ja, Mann. Da kommt der Spinnung. Dafür tankst du mehr weg als ich. Ja, aber im Endeffekt. Schau mal, wie es aussieht. Ja, Mann. Die kommen echt nicht in die Reichweite, wo ich graben kann, Alter. Garlius ist auch so ein perfekter Counter gegen jeden A-Piler, oder? Ja, Leon, ja. Vielleicht Vega könnte ich noch etwas machen gegen den. Ja, der geht auf Magie riesig. Ja, aber meine Ult macht halt, je mehr Magie AP er hat, desto mehr Damage macht die Ult von Vega, weißt du? Ja, ja. Jawohl. Hier machst du ja! Nice. Die abhauen die Bitche, oder was? Du kommst ja nicht davon, das ist kein Schlampe. Hier kommt keiner weg! Flocke, deine Ult! Flocke! Hab ich nicht! Wedi, guck doch! Ja, ich vergesse das die ganze Zeit. Entschuldigung. Taro gelived! Oh! Wir sind alle gestunnt. Vor allem, aus dem Stand kann man locker rausreppen und wir sind einfach alle gestunnt. Ja! Swainzern ist jetzt nicht so OP. Geil! Lass ihn! Verdammt nicht! Ja, der Minion, Alter! Die Minion sind OP ja im Farm, muss ich zugeben. So 8 Fiat hat 2 AKD, 17 Assists, Leute! Haha! Dein Dunking! Dein Dunking sind komisch, aber ich seh den nicht ganz genau. Ich seh nur den Ball und am Ast. Dann war das schon das Ende. Loll! Wow! Habt ihr wieder auf Öldis gehen. Das Geil ist, wenn ich den Silencer, dann kann der nix machen. Boah, ich hab zu Fuß die Masse hier. Den musst du trotzdem hin. Boah, nein! Oh fuck! Oh fuck! Der wird putzen gehen. Fick ihn! Ja, dann fickt er den halt. Nee, ich fick den jetzt. Nee! Nee! Jetzt hab ich den Shen, Alter! Shen, Alter! Yeah! Oh! Nice! Und jetzt Drake! Ist da noch einer? Oh! Was? Nee, ich glaub nicht. One way! Nee, ich geh... Ich geh back! Ich hab 2800. Dann kannst du da oben dürfen, oder? Ich hab... Teleport. Ich kann mich auch direkt dahin... Oh, voder. Komm, ich komm als erstes ein. Wird ja direkt gemacht. Wunderschön kaufen. Wunderschön. Oh, wieso wegrennt, oder? Komm her! Komm her! Nein! Ist mir scheißegal, ich pop mich dafür sogar hin. Was? Das ist mein Farm, Elise! Ey, dich denkst du auch... Ey, dich denkst du auch... Ey, dich denkst ich gerade auch bestimmt. WTF, warum teleportet der da hin? Mein Red, mein Red, meine Red. Bitte, Elise, bitte. Sei ein bisschen... sagen was menschlich dies kommt bitte bitte ellis bitte doch die hilfe mir und gleich zum beispiel der euch ein kleines baby berg geht war box kauf ich bin so tanky das hätte mich schon fest dass ich nicht machen können ich habe geschnitten ich kaufe auf jeden fall der mensch auf jeden fall klinge der unendlichkeit ich gehe nur nicht warum das reicht jetzt mit dem tanky gehen so jetzt wirklich noch die anderen Leute ich schaue grad dunking flocke zu hat der malvork hat der malvork rennt rennt nein ich wollte dir noch danken oder der ball ist weg so ein ordentliches die mass hier sind einmal ein paar mal hinten und dem master hinterher oder ich jetzt sehen hier ja du kriegst du nicht der miese pisser galius kriege gar nicht kriegt mich nicht weil du zu tanky ist ich regeneriere die die sekunde 134 warum sollen die auch noch wukong reporten ich verstehe das auch nicht ich kriegst ja eigentlich wukong der kriegt du halt ziemlich viele kills es sind immer noch die besten ich bin der dritte beste ich muss ein kill machen dann stehe ich gleich auf boah ich habe 22 assist ich habe einfach überall geholfen da gibt es nichts wo ich nicht geholfen habe ich verstehe auch nicht warum jetzt hier report wukong aber scheiß drauf jetzt so jetzt habe ich ulti auf level 6 auf level 3 die haben auch die geilsten Namen alter prinzessin lini chan also ich verabgerteile den Namen jetzt schon ich bin ein wolfsflüsterer flocke ein wolfsflüsterer auch rap bov und barry flüsterer im trading aber meistens rennen die immer wieder weg geil autonisch boah was macht der asier alter full field asier der holt gerade mit den kills auf ein bisschen der penner echt ja aber so richtig oh ja das hört gleich auf mit dir außer dass er totet ihr habt können wir mal die kacke beenden ja ist das schon 36 minuten oder wie lange willst du rennen auf jeden Fall leute die botleinen die rocken einfach nur wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt macht es einfach das ist ne geile botlein schauen wir mal wie ich den mach boah ich freue mich schon wenn ich das thumbnail machen muss es richtig spaß machen einfach mal darius kopf und garrys kopf bei irgend so welchen irgendwelchen basketballern einfügen am besten irgendwie so ulten da wo die grad so ulten so zusammen irgendwie so weißt du aber wohl nein die körper für mich lustig ich bin ein gerund ich brauche den ja du brauchst den nur waff komme ulti ready fern kann echt nix ja fern kann aber mich abfangen ok was ist jetzt ein ende der nix demachstier 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 du kleiner mieser du hast nichts mehr deine ult ja mein ult hab ich immer noch ready wie einfach alle das dodgen boah ja wir fickten jetzt n chest tower boah ja wir haben keine minions ah ich hab sie nicht gegrabt bekommen ah sie ist der einzige der so so nah reingehen kann Da kann er aber richtig reingehen. Ich freue mich schon ab, wenn ich Krittenflocken habe. Das heißt, Krittenflocken, Kritten vom Beinzen. Hast du den Ernst am Kritten liegen in der Lichtlichkeit? Nee, komm ich mir auch mal gleich. Yeah! Yeah! Oh! Oh, Mann! Ich werde einfach meinen Dunks gehindert. Ich bin doch der geilste Dunkel, den es gibt. Nein, ich bin Dunk, Alter. Ja, guck mal meinen Dancer, versuch mal den zu toppen, Mann. Ach ja, okay, Moment. Guck mal, die macht mir gar nichts aus, ich dance weiter. Disrespect vom Feinsten. Ah, nein! Flocki, renn du mal weg, Alter. Nein, ich bin tot, Leute. Ja, der saugt dich einfach aus, nur gegen eine Capri-Sonne. Im Vergleich ist zwei bisschen komisch, aber... Läng dich nicht. Der Vogel, der kann mich mal kreuzweißen. Ah, nein! Oh, gestunnt, und jetzt bist du vielleicht down. Oder, ne, ist nur ein Shen, aber der... Alter, jetzt stunt der nicht wieder, warte. Niemals! Lauf dann nach links, lauf dann nach links, oder ich stunne will. Hä, der kippt mich nicht bis dann, ich bin zu schnell für den. Stimmt, stimmt, stimmt. Gell, geil, geil. Weil, äh, die ne Lux hat und die einfach so hart gestunt hat, einfach nur. Ja, die hat echt abgefuckt, ja. Ich hab schon, Flocki, ich hab schon mal das Riesen-Shirt gekauft. So, ey, ernsthaft jetzt? Ja, ja. Wie gesagt, das geht nicht so. Wenn ich danke, dann danke ich vom Feinsten. Oh, yeah. Der wird auf jeden Fall so gespielt. Vielleicht klingt der Unendlichkeit gut auf den. Weil der tankt ja ordentlich. Du bist doch schon voll tanky, oder? Ja, ich hab nicht voll, nicht voll. Ah, du hast aber fast genauso viel wie ich, also... Drei Tank-Items. Obwohl, schwarzes Beil. Kann man halt als Tank-Item zählen. Haben die eigentlich Tanks oder sowas? Haben die mehrere Tanks? Weil dann müsste ich auf, äh, King des Geschwistern Königs gehen. Die haben Shen und Galio, aber Galio ist eher für unsere... Nur für unseren... Da, lass mal die holen, Alter. Ja. Okay. Ja, komm, die... Elise was Elise. Unsere Elise ist besser. Wohin gehen wir jetzt da lang? Okay. Weiß ich nicht. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Wie schnell ist denn die Bitch? Kann er die nicht stunnen, Alter? Nein, das geht doch. Boah, ich wollte gerade die Austricks in den Jungle gehen. Ich wollte jetzt die Minions verfolgen. Da! Ja! Ja, Elise! Ja! Ja! Garen! Ah! Meine Minions. Ja! Ja! Guck mal, Floki, schieb mich einfach. Warte, guck jetzt. Guck mal, hast du schon die Warmox gekauft? Ja, klar, Alter. Ich weiß, dass die Warmox nicht zweimal kaufen kann, weil dann regenerier ich einfach fucking... ...dööööre ich den jetzt schon. ...hundert vier kufzig. Lass auf Galio gehen! Oh nein, nicht den Weg rein. Ja, Flokke, das wird jetzt bisschen... Lass auf die anderen. Flokke, zieh sie! Was ist hier, Bitch? Ich hab schon geholte, Flokke! Ich hab auch geholten, aber falschen! Na, ja! Flokke ist gestorben! An deiner Blutung! Oder an deinem Basketball! Waaah! Noch jemand! Du liebst ja noch! Wie lange ich überlebt habe, Alter! Junge! Deine Shit! Das war geil, das war echt geil! Warte, geil! Ich bin zwar krepiert, aber war mir scheißegal! Ich hab die Falle schon geultet, Alter! Ich hab diesmal früher geultet! Hab ich schon gemerkt! Ich hab gedacht... Du brauchst ein bisschen zu lang zu holen! Du ulst dich immer vor, damit dich immer... Ja, die müssen gewissermaßen ein bisschen lauer werden, weil dann sind ja wanted! Jetzt bin ich fully cool! Obwohl, bei Miss Fortune ist das eigentlich... Scheiße, egal! Ich mach mal schaue! Okay, ich mach 525 plus... 1... 1... 2... Okay, das... 1,5 des Lives... Die Hälfte des Lives! Ja, dann mach ich ja 1000 Damage! Ja, dann kann ich die bei 1000 ja schon ulten, oder? Muss ich mal gleich austesten, wenn ich 1001 mache! Was, wieviel machst du mit deiner ulten? Ja, hier steht drauf... 525 plus die... 1,5 des Lives vom Gegner. Ich hab maximaler Schaden... 856 wenn ich glaube ich alle Blutungen drauf hab. Ja, bei mir ist das dann 1000 Schaden! Aber warum hab ich... Ah ne, ich glaub das ist der Bonus-Schein, ich dann raufkrieg, glaub ich. Börs mir! Nur mir allein! Ja, grab dir mal'n Hartflocker. NEIN! So eine Lusche, Alter. Ach komm. Da ist ne Mistfortune. Ey, ich wollt' jetzt grad flashen. Jetzt können sie's nicht mehr. Ey, ist der Damage, Alter. Dieser monströse Damage. Vor allem dein Schill, dein scheider Toastfisch, ist immer dafür weggegangen. Ne, ist er nicht. Obwohl er eigentlich von Fähigkeiten weggeht. So scheiße war die Fähigkeit. Hab' ich ja wieder falsch gegrabt, Alter. Oh nein, das zieh ich auch an! Oha, wie viel Damage habt ihr drauf? Oh, nicht, wir hätten das schnell beenden sollen. Ich geh da jetzt nicht rein von umsonsten Ult da rein. Die Elise, die kommt von hinten auf, Alter. Ja. Oder auch nicht. Er ist down. Vollgott, mir unbedingt beulten, Alter. Kannst du dich so ulten? Nee. Lol, immer diese... Oh Mann, du bist mal kurz davor. Ja, ich bin kurz davor und das wird nicht durchgezählt. Das fuckt so hart ab. Ich will die Scheiße mehr, ich hab' keinen Bock zu verlieren. Vor allem dort, die Folge geht schon 43 Minuten, Alter. Viel zu lang, ey. Scheiße, auf Klingel ohne Entlichkeit, ich glaub' blutdürster. Da hab' ich wenigstens Lifestyle. Okay. Aber dafür brauchst du eigentlich auch, äh... Ja, eigentlich nicht. Aber wär' besser, wenn du dann auch irgendwie anders teintest, damit du schnell hochgehen kannst. Aber ist ja egal. Ach, wir machen die jetzt einfach weg, Alter. Schau' wir mal, ich bin richtig useless. Ich, äh... Geh' auch mal... Weil wir hat mir grad so viel Schaden gedrückt. Warte mal kurz. Swain. Swain drückt häufig... Nee, warte. Misfortune hat... Nee, und Galio. Okay. Dann gib mir Lauftempo und da. 10% Lauftempo. C4. Ich komm mal... D4, willst du dir holen? Ja. Das gibt mir Lauftempo und 50%... Angriffstempo. Ich mach' mir grad Barron, oder? Nee. Ich bin ein richtiger Motherfucker. Ich komm' mir erst gleich. Ich würde mir kurz Shen da unten, Alter. Genau. Der kauft sich grad Hydra, ne? Und hat schwarzen Beilen. Ja, Shen? Ja. Ey, ich gön' mir den Farmflokke. Boah, jeder rennt, wie jeder zum Farm rennt, Alter. Sieht man schon richtig hart. Geil, Alter. Geil. Boah, ey, ich kann doch nicht mal zu meiner Ulf. Ich bin doch schnell bei meiner Ulf. Wow. End please. Ja, ich möchte auch, dass das Ende ist. Wir mal ganz ehrlich. Ja, ist so, Alter. Langsam reicht's. Langsam reicht's. Langsam reicht's. Langsam reicht's. Langsam reicht's. Ich hab' genug Spaß gehabt. Die war schon cool. Ja, ich muss 100 Jahre hochladen. Wann steht's mitmitte kommt, Alter? Ja, ich geh' jetzt bei den Kopf wie das hässliche Einzelbauer. Verkaufen. Gib mir alle deine Kraken aus, ne? Boah, ich geh' mal mit mir krank. Boah, ich bin nicht so schnell, Alter. Ich bin sogar noch ein bisschen langsamer. Aber wenn ich drin bin, dann bin ich drin. Ah, soll ich Drake machen? Ganz egal, ne? Aber soll ich nicht zu euch kommen? Fuck! Ich hab' mich einfach weggemacht, Alter. Ich komm mal zu euch, komm mal. Mach endlich mal so viel Schaden, Alter. Glaub ich verkauf's, also glaub ich auch gut. Blutdürste, Alter. Einfach was ich jetzt so gefunden, Alter. Just for the loads. Ich brauch's ein paar bisschen mehr Damage machen, ja. Boah, ihr braucht echt ein bisschen, Alter. Ich geh' direkt zum Drake. Die müssen ja noch dürfen. Mach ich euch so viel Schaden, dass ich den weghauen könnte? Ich glaub, die machen gleich jetzt nicht Dwayne, oder? Ja. Wenn du da wochen kannst, kannst du Schaden, schläf' ich dir in 47 Sekunden. Geh, William, du musst steppen, Mama. Oh, du sollst ja zumindest nicht weggehen, damit die den... Ja, jetzt... Wenn die dich bekommen, dann ist das nicht so gut. Du ist... Ja, ich bin tot. Ja, hab' ich mitbekommen. Ich hab' auch seine Kamera, also ich hab' dich... Ob, da kann man ja... Hm... Du, das heißt ehrlich, das Ding von Gary... Kommt schon, Leute, wir müssen uns, ähm... Vereinigen, und dann die weiterbekommen. Ich mach' mal ein bisschen was Usefuls und verkauf' die Kacke. Was willst du verkaufen? Was verkauf' jetzt jetzt doch kein Bluetooth mehr? Ne, ne. Ein bisschen tankiger, ja, ein bisschen tankiger. Ich kauf' Schutzengel einfach, ich werd' ja doppelt so tankilern. Das, äh, gibt mir von beides ein bisschen. Ja, ich hab' jetzt Schutzengel. Jetzt bin ich ein richtiger Geiler. Ja. Nice. Barron sind in-hips. Komm, lass alle Barron machen. Ja, die macht den, äh, Drake, die Eldies. Egal, wir machen den Barron. Wie den Drake haben die da? Ja, den dritten Mann. Unsere Eldies kommt da angerannt. Ich glaub' ich hab' das rechtzeitig. Leute, ich könnte echt Hilfe gebrauchen, einfach. Fick Drake, Alter. Drake? Ich glaub' er sieht's... Ach, hier woll' euer Ding hins, Alter. Flocke, stell' dein Wort hier. Ich komm' angerannt. Ja, komm. Ich komme. Du kannst nämlich nicht mal lange tanken, Alter. Nein, ich würd' bestimmt nicht aufgeben. What the fuck, Alter? Bist du behindert? Nein. Oh, was war mein... Äh, er ruft es die... Wow, Flocke, wir sind super top, Alter. bloody drauf. Nein. Nein. Ahn, gut. So viel... Wow. Vielen変 .. Ahn.. Du bist ganz gut.. Wasch, ey, lass mal bitte pushen. Jetzt müssen wir endlich mehr zu team haben. Wir müssen eine In-יר hinabeln,ів, äh. الخramn ever, bro- Kacke, dass die endet. Ja komm, Wukong, mach mal den hier, mach mal den hier. Vielleicht echt, Alter. Echt, Alter. Ich hab echt keinen Bock mehr hier. Also ich hab schon Bock, aber... Gebt doch einfach zu lange, Alter. Das ist ein kackerscheiß, einfach. Soll ich einfach ein Botlay mit durch? Wukong. Oh, da ist jetzt eh die... Nice, das ist schön. Der kommt nicht weg, das können die nicht stoppen, oder? Doch, nein. Haben nicht geschafft. Aber auch einfach durchbuschen und die Scheiße da machen, Alter. Ich will, dass die Scheiße endet, Alter. Gleich haben wir 50 Minuten hier noch und dann verlieren wir die Kacke. Und ich hab keinen Bock drauf. Wow, der Average. Komm her, Mann. Wukong, pass auf. Er kommt Swayne angeflogen. Lalalala. Wo ist da? Und Elise kommt welcher auch noch? Nein, nicht auf den, Alter. Den will ich auch gar nicht haben. Alter, mach nicht mehr viel Damage, Alter. Ich hab's doch nur tanking, Alter. Oh Gott, mach nicht mehr viel Damage. Ah, mein Heal, mein Heal, mein Heal, mein Heal, mein Heal. Boah, ich hab das so weit wie ein Hengst. Loll. Warte, warte, warte. Oh. Wow, Flocke, du musst mal meinen Heal sehen. Egal, wer ist die Scheiße jetzt, Alter. Ja, warte, ich mach die Minutes, damit ich komme. Oh, ihr macht das schon mit denen? Ja, ich komme, ich will auf dem Endscreen sein. Report Guardio. Warte, ist er auf Kau oder was? Kann sein. Guck jetzt, meine Dance, Flocke. Ganz rechts in der Ecke, sie soll Gareth dancen. Geile Wunde, Alter. Vor allem, ich hab Funder, weil ich mich so schnell regeneriert hab. Und das jetzt kein S-Plus ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Äh, naja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben. Und Flocke ist dauerhaft dabei, aber auf der Botnall-Branche irgendein Junkie, der hier unten spielt. Oh, ja. Und das wäre besser gegangen, ehrlich, als ich. Das war's, bis dahin und ciao. Ciao.